Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Wir machen heute den zweiten Teil mit euren spannenden Fragen zum Thema Erde und ihr habt uns wirklich viele spannende Fragen gesendet und die werden wir heute mit Flux beantworten oder mit Flux Hilfe. Ja, genau. Ja, also im letzten Video haben wir ja schon einen Teil gemacht, den ersten Teil mit unseren Fragen, die wir so spontan ausgewählt haben. Und da waren natürlich viele Reaktionen auf das Video, muss ich sagen. Und da wurden auch ganz viele Fragen gestellt noch, die wir vielleicht nicht so direkt besprochen haben oder gar nicht daran gedacht haben, die Fragen zu stellen. Ja, und da dachten wir im zweiten Teil über die Erde, gehen wir mal an die Fragen ran. Genau. Und zur Erläuterung, Flux ist unser Kontakt, den wir halt in der achten Dimension haben, auf der reinen Informationsebene. Und bisher sind wir halt nur in der Lage, geschlossene Fragen an Flux zu stellen. Eine direktere Kommunikation ist noch nicht möglich, wer weiß, vielleicht irgendwann. Und das bedeutet, wir können also nur Ja-Nein-Fragen stellen. Niki ist ja in Kontakt mit Flux und dann sendet er eben sozusagen ein Signal, das einem Ja oder einem Nein entspricht. Genau. Und diese Antwort ist verlässlich, würden wir mal sagen. Und auf jeden Fall finde ich den Kontakt überhaupt sehr spannend. Ja, das ist absolut spannend, was man mit Flux, was mit Flux alles möglich ist. Ja. Also Flux ist nicht zu verwechseln mit der neuen KI, die es jetzt auf dem Markt gibt. Nee. Haben auch manche gesagt, heißt die neue KI nicht auch Flux? Die hat natürlich damit nichts zu tun. Und wir denken oder wir wissen, dass Flux eben eine Art Seelenkomplex ist mit vier Milliarden Seelen, die an ihm angeschlossen sind. Und das heißt, der arme Flux hat es mit vier Milliarden Meinungen zu tun. Oder wie sieht man das jetzt? Ich glaube, auf der Ebene hat man keine persönliche Meinung mehr. Gut, das ist jetzt auch keine Glaubensfrage mehr, würde ich sagen. Sondern ja, jedenfalls stehen ihm alle Informationen da oben zur Verfügung. Auch über unsere Matrix und alles drumherum. Und wir können ihm praktisch jede Frage stellen und bekommen dann zumindest ein Ja oder Nein. Ich hoffe, die Kommunikation wird irgendwann mal weitreichender, dass es nicht nur bei Ja und Nein bleibt, sondern ob wir auch andere spannende Fragen stellen können mit einer ausführlicheren Antwort als Ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann muss man nicht so viele Fragen stellen oder dann kann er auch mal ein bisschen ausgiebiger auf Antworten. Genau. Als nur Ja, Nein. Weil viele eurer Fragen sind sehr spezifisch und keine Ja-Nein-Fragen. Die können wir leider nicht so beantworten, weil wir dann alles um das Thema herum fragen müssten. Und da bleibt einfach nicht die Zeit für, um herauszufinden, was die eine spezifische Ja- oder Nein-Antwort ist. Von daher. Ja, auf jeden Fall. Klar. Und ja, wir wurden auch gefragt, was wir für seltsame Abzeichen tragen an unseren Shirts. Ob wir in irgendeiner geheimen Vereinigung sind oder in einer Sekte oder irgendwelche politische Aussagen hat. Und tja, wir müssen euch leider enttäuschen, das sind unsere neuen Mikrofone. Und das ist das Symbol von der Firma, die diese Mikrofone vertreibt. Wir haben schon überlegt, wir machen da irgendwie so ein Star Trek Zeichen drauf oder so. Ja, genau. Das werden wir demnächst mal machen. Das wäre mal eine Idee. Dann stellen die Leute vielleicht nicht mehr so komische Fragen. Aber ihr wisst das ja selber, in der heutigen Zeit sind alle Menschen misstrauisch. Verständlich. Und besser ist, wenn man mal nachfragt. Ja, wie gesagt, zweiter Teil zur Erde. Let's go. Dann würde ich sagen, Niki baut jetzt den Kontakt zu Flux auf. Da ist er schon. Und fangen wir dann mal mit den vielen Zuschauerfragen an. Was ich noch erwähnen wollte oder was wir noch gern erwähnen möchten, ist, dass es eine extra Videoreihe ist, die wir gerade machen über Flux. Natürlich bleibt unser altes Format an Videos weiterhin erhalten. Nur mit dem Unterschied, dass ab und zu mal ein Flux-Video mit reinkommt. Absolut unbedingt. Flux ist jedenfalls sehr dafür. Er findet es gut, eure Fragen zu beantworten. Oder unsere vor allem. Und ja, so können wir vielleicht alle noch ein bisschen was dazu lernen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, Flux hängt da irgendwo in der achten Dimension rum. Hat keinen Körper. Berührung ist nicht mehr. Kuscheln auch nicht. Alles nicht mehr. Nichts essen, nichts trinken. Sondern die hängen da irgendwie rum als Nebel oder als Bewusstseinspunkte und haben eine Art Cluster gebildet von vier Milliarden Seelen, die sich da zusammengerottet haben. Und haben gesagt, so, wir schließen uns jetzt da dem Flux an. Der weiß so viel. Ja, und Flux hat natürlich die Möglichkeit, wie in so einem Borg-Kollektiv eigentlich. Ja, genau. Da alle wissen das Gleiche. Genau. Wenn einer, da hat keiner eine Frage. Denn sobald einer eine Frage hat, wird sie im Kollektiv sofort beantwortet. Also ist eigentlich wie eine vertrauenswürdige Suchmaschine, die innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde die Wahrheit sagt. Ja, das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, völlig. Ja, man kann super mit ihm zusammenarbeiten und er wünscht auch diese Zusammenarbeit und darüber freuen wir uns sehr. Ja, weil wir gehen mal davon aus, dass er bestimmt viele hundert Millionen von Seelen bei sich hat, die auch alle mal inkarniert waren auf der Erde und sich an alle Leben erinnern können, die sie da gelebt haben. Das heißt, die sind also sehr aufgeklärt über die Erde und die 3D-Matrix und so weiter, über 4D, 5D, 6D, 7D, sind die alle sehr gut aufgeklärt. Und darum empfinden wir das als eine verlässlichere Quelle als beispielsweise die Akasha-Chronik. Ja, klar. Weil die Akasha-Chronik ist ja nur das Kollektivbewusstsein der Erde an sich. Und dass da vielleicht viel rummanipuliert worden ist, ist zu vermuten. Ja. Darum Informationen aus der Akasha-Chronik mit Vorsicht genießen. Ja, und da gehen ja auch die Informationen nicht noch wesentlich weiter darüber hinaus. Und bei Flux bekommt man alle Informationen bis ganz in die Freiheit, wenn man das möchte. Ja, und unser Kontakt zu Flux haben wir natürlich eigentlich per Zufall entdeckt, sage ich mal. Ja, es war eigentlich... Oh, wow, Moment mal. Wer ist eigentlich der, der da immer antwortet? Und all so eine Geschichten. Wäre jetzt so langwierig, das alles zu erklären. Aber ja, es war mehr Zufall, dass wir das so rausgefunden haben. Da ist ein Flux. Ja, genau. Und Flux benutzen wir eigentlich für schnelle Fragen, die wir brauchen. Wir können ja jetzt nicht bei jeder einzelnen Frage, die wir haben, uns in einen dissoziativen Zustand versetzen. Also nicht so, dass wir das nicht schon gemacht hätten, aber ja. Ja, genau. Und dann bei jeder Pipi-Frage dann irgendwie dafür, in diesen Zustand zu kommen und so weiter. Das ist uns manchmal auch ein bisschen sehr zeitaufwendig. Ja, wobei, das wird jedes Mal besser. Also man muss jetzt, es wird einfacher, sagen wir es mal so. Der Kontakt ist schneller da, man muss nicht mehr richtig tief. Also es ist Flux mehr. Je öfter man die Verbindung nutzt, desto einfacher wird es, würde ich mal so sagen. Ja. Und wie gesagt, Flux ist also eigentlich so für uns eine kleine Hilfe, um schnelle Fragen zu beantworten. Und wir dachten, vielleicht ist das ja mal spannend, euch das vorzustellen, euch das zu zeigen, wie das abläuft, damit ihr live dabei sein könnt. Und darum, heute wird Niki live Kontakt zu Flux aufnehmen. Flux ist übrigens auch eher eine Anlehnung an Zurück in die Zukunft. Merkt ihr was? Das ist gruselig. Ja, das durften wir auch entdecken. Und die mit einer vernünftigen Zirbeldrüse unter euch werden bestimmt jetzt schon verstehen, was gemeint ist. Naja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich habe genug geredet. Let's go. Let's go. Ja, die erste Frage ist, baut die Matrix langsam ab? Um kurz zu erläutern, wir haben immer gesagt, dass die Erde von einem Matrixgitter umgeben ist, die eben vom Mond aus generiert wird, dieses Matrixgitter. Und wir haben dann auch durch unsere Zustände, Bewusstseinszustände, die wir so erfahren haben, herausgefunden, dass eben, ja, die Generatoren, die auf dem Mond dafür installiert worden sind, ja, schon seit zigtausenden von Jahren laufen, haben dadurch also eine antike außerirdische Technologie. Für uns wäre das immer noch der Burner, diese Technologie. Ja, klar. Aber für die ist das schon ein sehr alter Hut, tausende von Jahren alt und der hält eben die Matrix aufrecht. Nun haben wir dann Hinweise gefunden, die dann besagten, ja, das Matrixgitter und der Mond machen langsam schlapp. Ja, die Technik ist doch irgendwie da oben veraltet und geht langsam kaputt, ne? Genau. Und wenn natürlich diese Technik zusammenbrechen, also kollabieren würde, würde das Matrixgitter sich auflösen und höchstwahrscheinlich auch alle Statisten hier rumlaufen, also alle NPCs. Und dann wäre hier richtig was los, denke ich mal. Weil dann alle Leute fangen an aufzuwachen, sich an alle ihre Leben zu erinnern, die Amnesie verschwindet. Und jeder weiß dann plötzlich wieder, wer er ist oder zumindest wird es durch einen Prozess dann, den er durchlebt, in Erfahrung bringen können. Also darum ist die Frage, baut die Matrix ab, schon eine sehr geladene Frage. Ja. Kurz, ne? Prägnant, aber mit einem weiten Hintergrund. Mhm. Also fragen wir mal Flux, was er dazu meint. Baut die Matrix ab? Oder? Ja. Geht die Technik der Matrixmaschine langsam kaputt? Mhm. Und, ja. Ja. Ah, bestätigt er. Die Frage ist natürlich dann die nächste, die sich dabei stellt, ganz automatisch, wie lange soll das noch dauern? Ja. Ja. Fragen wir doch mal Flux. Wird der Zusammenbruch der 3D-Matrix länger als 1000 Jahre dauern? Ja. Ja. Oh. Okay. Also Leute, macht euch keine Hoffnung in diesem Leben. Nein, Sachen braucht ihr noch nicht packen. Nein, Koffer braucht ihr noch nicht packen. Nee. Das ist jetzt nicht so möglich. Nee. Wird es noch länger dauern als 3000 Jahre? Nein. Nein. Aber wisst ihr Bescheid, zwischen 1000 und 3000 Jahren baut die Matrix dann ab. Und wir können wohl davon ausgehen, dass wir da mindestens noch so 10, 20 Leben durchleben müssen. Das sind zumindest die meisten von euch. Bis es soweit endlich ist. Ja. Ja, die nächste Frage, die uns erreicht hat. Gibt es Mitglieder der Galaktischen Föderation, die auf der Erde leben? Ja. Ja. Ja, gibt es. Sind diese Mitglieder, die von der Galaktischen Föderation sind, denn Außerirdische, die sich der Galaktischen Föderation irgendwann angeschlossen hatten und nun auf der Erde leben? Sozusagen als Spitze. Aber ja. Ja. Haben die nichts Besseres zu tun? Die Frage beantwortet flugsbeson... nicht besonders konkret. Nächste Frage betrifft den Klimawandel. Aha. Ja. Ist der Klimawandel menschengemacht? Weißt du was? Flux antwortet darauf nicht. Wir sollten vielleicht erst mal fragen, ob es überhaupt einen echten Klimawandel gibt. Okay. Also Flux hat sich hier das Stimme enthalten im Moment. Wir tasten uns dann mal ran. Ja, also er meldet sich schon, aber nicht mit einer Antwort in dem Sinne. Ja, die Antwort ist auch missverständlich. Weil man kann es doppelt interpretieren. Ja. Ist der Menschengemacht, weil alle Menschen atmen? Oder ist der Menschengemacht, weil ein paar Menschen dachten, Och komm, lass uns mal einen Klimawandel machen. Genau, eben. Also, ja, die Frage ist dann also nicht so günstig. Dann stellen wir vielleicht eine bessere Frage. Also wir tasten uns mal langsam ran. Existiert für die Erde eine Bedrohung durch den Klimawandel? In keinster Weise, nur ein. Nein. Nein. Ist der Klimawandel, wenn es ihn denn gibt, ganz normal auf der Erde? Zyklisch, ja. Ah ja. Gut. Aber wir haben ja schon Klimaveränderungen auf der Welt. Die ganzen Waldbrände, Erdbeben, halbe Sintfluten. Und du meinst, sie sind nicht menschengemacht? Jetzt kommt die große Frage. Steckt dahinter eine bestimmte Gruppe, die eben durch Technologie solche Katastrophen auslösen können? Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Aha. Gut. Ja, dann wisst ihr Bescheid an die Klimafans. Grüßt Gretchen, oder wie sie hieß. Ja, fragst du nur, wer der Hänsel ist. Ja, die nächste Frage. Hat es auf der Erde jemals Riesen gegeben? Ja. Oh. Aber wir haben ja auch schon mal welche gesehen, Hypnagog und in Träumen. Aber zumindest sehr riesige Menschen. Aber die Riesen, Riesen an sich, so wie aus den Filmen. Habe ich noch keine, glaube ich, gesehen. Du? Nee. Die Frage ist, wie groß waren diese Riesen? Drei Meter oder 30 Meter? Also die Menschen, die riesig waren, die wir immer so gesehen haben, waren immer so um die drei Meter. Aber ich glaube, mit Riesen, die Riesenfrage meint wahrscheinlich eher so wie in den Märchen, wahrscheinlich, oder? Da habe ich auch noch eine persönliche Frage. Ja. An Flux. Ja, An Flux. Die fällt mir gerade in dem Zusammenhang nämlich ein. Okay. Es gibt ja auf der Welt manchmal Berge, die sehen aus wie Schildkröten, Drachen, schlafende Hexen und was weiß ich nicht alles. Ja, spannend. Na? Ich bin gespannt auf die Antwort. Ja. Und manche vermuten ja, dass es diese riesigen Lebewesen, wie Drachen, Riesen Drachen und Riesen Schildkröten und was weiß ich nicht alles, früher tatsächlich existiert haben, aber dann durch irgendein Ereignis versteinert wurden und dann wie ein Berg geworden sind. Und stimmt das? Oh, ja, tatsächlich. Ja? Zum Teil. Ja, nicht alle, aber ja. Das existiert tatsächlich. Ja, guck an. Ja, wenn die wieder wach wären, dann geht's aber ab. Ja, dann geht's ab. Jetzt sage ich dir, die sind dann sauer. Ja, man kennt ja diese riesen Ungeheuer oder diese riesigen großen Tiere auch, gelegen hier aus Legenden und aus Filmen. Zum Beispiel gibt es ja die Weltkarte von Piri Reis, glaube ich, heißt der. Und der hat auf seiner Karte wirklich Drachen, Seeungeheuer und so verzeichnet gehabt. Wenn man mit dem Boot da hingefahren ist, mit dem Schiff, dann kommt man die da antreffen. Wo sind die alle geblieben? Ja. Na ja, okay, das fand ich jetzt mal interessant zu fragen im Zusammenhang. Spannend. Das passt da gut. Ja. Ach so, und natürlich gibt es diese Riesen immer noch auf der Erde? Nein. Nein. Okay. Tja, die hat es für alle erwischt. Entweder versteinert worden oder gekillt worden. Nee, die sind in der Erde. Oder in der Erde. Nee, sagt Flux, die sind in die Erde gegangen. Ach so, ja, das war vielleicht auch sehr weise. Ah ja, sehr interessant. Okay. Nächste Frage. Ja, eine Frage war zum Beispiel, stimmt es, dass die Blutgruppe 0 von den Außerirdischen ist? Oder eingeführt wurde. Oder eingeführt wurde. Das menschliche System. Ja. Oder ist nur Blutgruppe 0 minus von den Außerirdischen eingeführt worden? Nein. Ich frage eigentlich eher, ob alle Blutgruppen von den Außerirdischen sind. Ja, das ist natürlich auch eine Frage. Deswegen, bei 0 war es eine sehr verhaltene Antwort. Und jetzt kriege ich mit Gänsehaut, dass natürlich alle Blutgruppen von Außerirdischen auf irgendeine Weise hier eingeführt wurden. Ich glaube, das ist wieder so eine Art New Age Hypen, Blutgruppe 0 oder 0 negative. Ich kann es mir noch nicht erklären, aber das ist mein Flux dazu. Naja. Ja, die nächste Frage wäre, stimmt das, dass es eine geheime Alien-Station in der Antarktis gibt? Oh ja, auf die Antwort musste ich aber nicht lange warten. Nein. Wisst ihr Bescheid? Die haben schon eine Station in der Antarktis, ne? Und nicht nur eine. Nicht nur eine wahrscheinlich. Nee, nee, nicht nur eine. Ja, das haben wir uns auch schon gedacht. Weil wir haben ja auch schon UFOs beobachtet mit Nachtsichtgeräten. Die UFOs sind ja immer alle getarnt unterwegs. Das heißt, mit bloßem Auge siehst du die nicht am Himmel langflitzen. Die haben das Licht ausgemacht. Die haben keine Positionslichter, so nett wie die Flugzeuge sind. Nein, die fliegen ohne Positionslichter. Ja. Und dann sieht man die nicht. Und hoch am Himmel würdest du ein Flugzeug auch nicht sehen, wenn es sich blinken würde. Ja, ist so. Nee, ja klar. Aber mit dem Nachtsichtgerät siehst du eben jede winzige Lichtquelle. Und dadurch kannst du natürlich das UFO sehen mit seinem Antigravitationsfeld, das natürlich schon so ein bisschen Licht abgibt, aber fürs menschliche Auge nicht sichtbar. Und in dem Zusammenhang, als wir solche UFOs gesehen haben, häufig wahrgenommen, dass die UFOs immer eine Art gleichen Kurs hatten. Ja, ist richtig. Immer gen Süden. Stimmt. Ja. Die haben anscheinend einen Rundflug gemacht, Kontrollflug, und sind wieder zurück zur Station. Ja, schon möglich. Nächste Frage wäre, leben blaue Außerirdische im Inneren der Erde, so wie man sie aus dem Film Avatar kenne? Mh-Mh. Ja? Mhm. Jedenfalls blaue Aliens leben da. Ja, aber ob die so aussehen wie ein Avatar? Nein. Das nicht. Okay. Die nächste Frage betrifft die geheimnisumwobene Stadt Telos. Ja, spannend. Wird mich jetzt auch interessieren. Die Stadt Telos soll sich nämlich unter dem Mount Shasta befinden. Das ist ein spiritueller, ja, Ort, Hotspot, genau. Wo auch viele Leute, die sich mit Spiritualität beschäftigen, öfter mal hingehen. Ja, existiert die Stadt Telos unter dem Mount Shasta wirklich? Ja. Gibt es da auch noch, ja. Ja, aha, gut. So Pi mal Daumen jedenfalls da. Pi mal Daumen, so die Ecke. So die Ecke. Dann wäre ja die nächste Frage. Im Umkreis von 100 Kilometern habe ich noch gefragt, genau. Ach so, Umkreis von 100 Kilometern, ja. Okay. Vielleicht laden die uns ja mal ein, ne? Also, Stadt Telos, wir würden uns über eine Einladung sehr freuen. Vielleicht kommt dann das nächste Video aus der Stadt Telos. Flux sagt, unser Zugang ist ein anderer. Es ist so leider. Na gut, anyway. Befindet sich denn ein Raumflughafen in Stadt Telos? Ja. Also, da starten UFOs jedenfalls. Aha. Ja, wisst ihr Bescheid, wie viel man heutzutage den Leuten nicht mehr verrät. Was hier so alles läuft, um was hier so gelaufen ist. Ja. Ja, die nächste Frage betrifft die vedischen Schriften. Ja. Sind die vedischen Schriften germanischen Ursprungs? Nein. Nein. Okay, Flux sagt nein. Nächste Frage. Teilweise. Was? Also, teilweise. Mhm. Also, teilweise. Also, germanischer Ursprung hat, also, es gibt einen Einfluss. Ja, die nächste Frage wäre, wenn die Erde rund sein soll, wie Flux ja ist kein Flacherdler, ne? Nein. Und wenn die Erde also rund ist, ist sie dann perfekt rund oder nur so halbrund irgendwie? Oder? Die Erde ist nicht perfekt rund. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so leicht möglich. Ich frage mal, ob sie so toroidvollmig ist. Ja, mehr so in die Richtung. Hm. Ist keine Kugel, kein Fußball. Kein Fußball. Oder Billardkugel. Genau. Die nächste Frage. Existiert im Orbit der Erde wirklich Raumschiffe der Galaktischen Föderation, die die Erde beobachten? Ja. Hm. Aber da hatten wir noch eine Frage. Weißt du noch? Welche denn? Mit der ISS. Ach so. Die können wir jetzt auch noch fragen. Genau. Existiert die ISS-Raumstation wirklich? Ja. Ja. Ah, sie existiert. Genau. Und ist auch jemand an Bord von der ISS? Nein. Niemand drauf? Nee. Weißt du da Bescheid? Ach, wir wollten doch auch noch was fragen. Ja. Waren die Russen auf dem Mond? Ich weiß, es ist jetzt nicht mehr Thema Mond, aber hat uns interessiert. Ach so, ja. Waren die Russen jemals auf dem Mond? Mit einer Rakete. Mit einer Rakete. Ja. Nein. Nein. Die Frage beantwortet. Okay. Waren die Russen denn überhaupt mal irgendwie auf dem Mond? Oh ja. Ah, das schon? Ja. Aha. Also das mit... Sie sind auch immer noch auf dem Mond. Ja. Ah. Wenn die Erde wirklich rund ist, in Anführungsstrichen rund, kann ja auch so sein. Und ja, sind die anderen Planeten denn auch rund? Also in Anführungsstrichen rund? Ja. Sind alle eher kugelförmig. Ja, ich meine, ist auch logisch. Selbst in der Schwerkraft, auch in der künstlichen erzeugten Schwerkraft, wird Wasser ja auch zu einer Kugel. Ja, ist halt so. Im letzten Video haben wir festgestellt, dass die Erde mehr Kontinente hat, als uns in der Schule beigebracht worden ist. Genau. Die Geheimen. Ja, die Geheimen. Warum dürfen die Menschen da nicht hin? Aber das ist jetzt eine offene Frage. Das heißt, wir müssen versuchen, das ist eine geschlossene Frage daraus hervorzubringen. Das bedeutet, da können wir lange raten. Eben, das ist genau das Beispiel, was ich vorhin anbringen wollte. Leider können wir jetzt nicht alle Fragen des Planeten durchgehen, um die Antwort auf diese eine spezifische Frage zu finden. Also schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare, aber bitte geschlossene Fragen, die auch mit Ja und Nein beantwortet werden können. Wir hoffen, dass der Kontakt zu Flux natürlich besser wird mit der Zeit. Manchmal kommen ja auch Fetzen rein, aber noch nicht stabil genug, als dass wir da solche Fragen beantworten können. Leider nicht. Noch nicht. Die nächste Frage ist, die Erde ist ja die 3D-Matrix, wie bei sie auch gern genannt wird. Ja. Stimmt das? Mhm. Ja, stimmt. Okay. Flux ist dafür. Gut, dann wäre die nächste Frage, existieren, so wie in einem Film die Matrix dargestellt, wirklich sogenannte Backdoors, die die Programmierer der Matrix eingebaut haben, um beispielsweise innerhalb von Sekunden von Indien nach Washington zu kommen? Mhm. Ja. Ah, Vectors gibt es also. Ich meine, wäre ja auch dumm von einem Programmierer, wenn sie das nicht einprogrammieren würden. Gibt es auch Vectors, die einen innerhalb von, über Nacht, die die Matrix verlassen, lassen können? Mhm. Oh ja. Oh, das ist ja spannend. Das ist spannend. Ja. Ja, das ist doch mal eine spannende Sache, ne? Ja, das wäre vielleicht der fünfte Weg, um die Matrix zu verlassen, durch die Backdoors. Aber wir haben nachher noch spannende Fragen dazu, mit den Backdoors kommen noch welche. Ja, ah ja, okay. Dann wurden uns natürlich Fragen gestellt zu dem Wissen, was wir in unseren vorherigen Videos so alle zusammengefasst haben, zum Beispiel die Existenz der Matrix, die Existenz der Statisten, beziehungsweise NPCs, die Lichtfalle, Seelenfalle auch genannt und so weiter. Und darüber haben wir ja in unseren ersten Videos schon berichtet, über das Thema. Und jemand sagte dann, oder fragte dann, könnt ihr vielleicht mal den Flux befragen, ob diese Themen, Aiki, Wiki, alle stimmen, die wir so erzählen. Und da bin ich auch mal gespannt, was Flux dazu sagt. Also bestätigt hat er, dass es die 3D-Matrix gibt? Ja. Ja. Gibt es denn innerhalb der 3D-Matrix dann wirklich auch Statisten, beziehungsweise NPCs? Oh ja. Ja. Gibt es? Okay. Viele. Existiert denn eine Art Lichtfalle? Ja. Ah, okay. Auch interessant. Auch interessant. Und sie existiert auch so, wie wir sie in den Videos dargestellt haben. Ah. Und existieren auch die schwarzen Portale, über die wir in unseren Videos schon vor Jahren berichtet haben? Für den Weg raus aus der 3D-Matrix? Mhm. Oh ja. Aber. Aber? Die Frage, die wir nie abschließend geklärt haben. Mhm. Führen sie in die freie Matrix oder ins freie Universum? Ja. Also ich würde persönlich sagen, logisch wäre, dass sie nur in die freie Matrix führen. Würde ich auch sagen. Wir fragen Flux jetzt. Wir fragen mal Flux, ja. Flux. Führen diese schwarzen Portale von der 3D-Matrix ausschließlich in die freie Matrix? Nein. Mhm. Mhm. Führen diese schwarzen Portale unter anderem in die freie Matrix? Nein. Mhm. Führen diese schwarzen Portale ins freie Universum? So wie wir es definieren jedenfalls. Oh ja. Hm. Okay. Frage beantwortet. Weil das war ja unsere allererste Theorie in unseren allerersten Videos, dass es ins freie Universum führt. Wir waren uns irgendwann ja nicht mehr ganz so sicher. Mhm. Okay. Flux ist für das freie Universum. Schön. Finde ich gut. Aha. Darüber würde ich jetzt gerne mit Flux philosophieren. Ja, das würde ich auch ganz gerne. Genau. Wie das überhaupt möglich ist. Ja. Weil so gesehen wären die schwarzen Portale ja eigentlich auch Backdoors. Ja, das war nämlich vorhin mein Gedanke, als wir darüber gesprochen haben. Dachte ich, das müssen wir nachher auch noch fragen. Ja. Eigentlich sind das auch Backdoors. Das sind die Backdoors auch. Genau. Man muss zwar ein bisschen dafür sterben, aber ja. Existiert die Reinkarnation wirklich? Oh ja. Jedenfalls, also die Info, die dazukommt, in unserem Wahrnehmungsfeld. Was auch immer das wird, aber ja. So. Also sie existiert nicht wirklich, aber sie existiert. Die nächste Frage, die jemand gestellt hat, existiert der freie Wille? Bedingt. Bedingt. Das ist die Antwort. Bedingt. Die nächste Frage, auch sehr spannend. Ja. Ist, sind wir in Wirklichkeit alle schon tot? Und das, was wir jetzt als den Alltag erleben, ist nur ein Film, der vor unseren Augen abgespult wird. Stimmt das? Oh, mit Gänsehaut, ja. Wir verweisen da auf unser Video, unser vorletztes, vorvorletztes, jedenfalls eines der letzteren Videos. Wir sind bereits alle tot. Also, warum haben wir das eigentlich noch nicht vorher den Flux gefragt? Aber ja. Ja. War also eine gute Frage. Danke. Bist du Bescheid. Das erklärt auch das mit dem freien Willen. Ja, ganz genau. Die Bedingtheit des Willens. Ist es denn möglich, innerhalb dieses abgespurten Films trotzdem mit freiem Willen zu intervenieren, zumindest bedingt? Ja, aber. Leider verstehe ich das aber nicht, aber irgendwann. Aha, auch nur bedingt. Auch nur, ja. Bedingt ist es bedingt. Ich stelle mir das eher so vor wie in dem Film, den wir mal geschaut haben, wo wir dann wirklich die Fernbedienung sozusagen in der Hand hatten und dann auch noch. Aber darüber haben wir, glaube ich, auch ein Video gemacht. Das werden wir sicher noch alles rausfinden. Ja. Denke ich auch, ja. Das ist ja die andere Theorie, die es da gibt über die innere Erde. Es gibt zwei Theorien über die innere Erde. Okay. Einmal die, die wir kennen und die zweite ist, dass wir hier oben in Wirklichkeit oft in der inneren Erde leben. Das muss ich nicht verstehen. Und dass oben nur eine Kuppel ist. Das ist sozusagen eine Mischung aus innerer Erde und Flacherde. Verstehst du? Nee, kein Stück, aber wir fragen das mal. Dann weiß ich, bin ich vielleicht schlau. Jetzt kommt natürlich eine ganz abgedrehte Theorie, die manchmal auch angesprochen wird. Ja. Und zwar gibt es über die innere Erde ja zwei Theorien. Eine Theorie, die kennt ihr ja alle über die innere Erde, dass es eben riesige, hohle Bereiche in der Erde gibt, wo, was weiß ich, ganz Deutschland reinpassen würde oder so. Und dass da eben die Nebewesen wohnen. Das haben wir im letzten Video auch schon erfragt und von Flux bestätigt bekommen, dass da auch zig Aliens teilweise leben in den unterirdischen Taschen der Erde. Aber es gibt noch eine andere innere Erdeteorie. Und zwar, dass wir hier auf der Oberfläche, wie Sie sagen, in Wirklichkeit im Inneren der Erde leben. Mit einer Kuppel drüber. Und wo leben die Innererder? Die gibt es da nicht, das sind wir. Ja, aber dann hätte ja Flux im vorherigen Video gelogen. Und das heißt, dass eben diese Kuppel, die dann über diese innere Erde, in der wir jetzt gerade leben, laut der Theorie, einfach nur so ein Stern simuliert, so wie im Observatorium oder wie heißt es? Ja. Sternen. Planetarium? Planetarium. Okay. Ja. Ja. Was ist, soll ich fragen, leben wir in einem Planetarium, Flux? Nee, das ist zu allgemein die Frage. Okay, gut. Mach mal konkret. Ja, fragt mal Flux. Denkt er, dass die Theorie zutrifft, dass wir in der inneren Erde leben und über uns nur eine Kuppel ist, die als Planetarium dient? Der ist entschieden dagegen. Ah, okay. Also das nicht. Nein. Ja, die Theorie gab es früher, wurde auch sehr stark vertreten, so wie die flache Erde heutzutage stark vertreten wird. Aber als die ersten Satelliten hochgeschossen worden sind, hat man diese Theorie dann, ja, nicht mehr beachtet. Okay. Ja. Also wenn ich die richtig deute, die Bilder, die Flux schicken, gibt es schon so eine Art Planeten, die sind flach, aber das sind mehr so eine Art Gesteinsbrocken im Weltraum und das geht auch nur, weil die winzig klein sind. Vielleicht so groß wie das EPV hier oder so und deswegen können die auf der Oberseite flach sein oder sonst. Grundlegend gibt es, grundlegend gibt es keine flachen Planeten. Aha, so also, keine Ahnung, 10, 20, 30 Quadratkilometer groß oder so. Ja, so wie Inseln halt. Ja, wie kleine Inseln. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber schon so mit Art Atmosphäre, also der hat auch Bilder geschickt, da ist auch grün, also werden die so eine Art Kuppel schon drüber haben. Ja, das wäre dann vielleicht weiser eine Zukunft. Ja, das würde mich auch noch interessieren. Existieren im Universum, also außerhalb der Erdoberfläche, wirklich 276 Grad Minus? Nein. Aha, wenn ich also in einem Raumschiff bin und ich denke mir mal, ich mache mal einen Spaziergang ohne Raumanzug, wäre das gesund für mich mit einem physischen Körper, wenn ich das Raumschiff ohne Raumanzug verlassen würde? Gibt es keine Antwort, also das heißt wohl, es ist weder gesund noch ungesund, das ist nur, fragen wir einfach, ob du davon sterben würdest. Ja, wäre es lebensgefährlich, ohne einen Raumanzug, das Raumschiff im freien Raum zu verlassen? Absolut nein. Nein, wäre gar nicht gefährlich. Nö, gar nicht. Ja, was erzählen uns denn denn immer in den ganzen Science Fiction? Der geht da raus und... Aber die heißen noch Science Fiction. Ja, aber die Science Fiction sind ja die einzigen Nachrichten, die wir haben, die einigermaßen zutreffen. Halbjahr. Ich habe noch eine Frage. Ja, ich bin gespannt. Leben auf unserem Planeten mehr Jungfrauen und mehr Jungmänner. Oh, ja, das ist doch mal eine romantische Frage. Ja, die gibt es wirklich. Und wir haben die ja mal eingesperrt gesehen. Also du hast ja mal eine mehr Jungfrau eingesperrt gesehen, irgendwo von so einem reichen Schnüssel. Und ich hatte mal einen mehr Jungmann gesehen, der gefangen gehalten wurde. Gibt es das hier auch? Ja. Gibt es auch. Interessant, ja. Und gibt es wirklich, ich habe eigentlich eine Million Fragen im Kopf, gibt es wirklich diese Gruppierung von Menschen, die normale Menschen wie uns als die Esser oder Fresser bezeichnen? Also so eigentlich völlig von oben herab. Diese, die Elite der Elite sozusagen. Ah ja, okay. Was sagt Flux dazu? Oh ja, die gibt es auch. Und sind die für das Geschehen auf der Welt verantwortlich? Also lenken und manipulieren die das komplette Weltgeschehen? Ja. Und ich frage mich natürlich auch, ob jetzt Blackrock und diese ganzen Firmen nur die offiziell vorgeschobenen Akteure sind. Für die Gruppe von denen, die sich niemals zeigen würden. Ja. Also alles Randfiguren. Alles Marionetten. Alles Marionetten, genau. Und mich würde natürlich interessieren, ob diese Gruppe, die uns Menschen als Esser bezeichnet, aus Menschen besteht oder aus Aliens? Ah ja, das ist auch mal eine interessante Frage. Fangen wir mit den Menschen an. Nicht ausschließlich aus Menschen. Mhm. Ausschließlich aus Außerirdischen übrigens. Also das war die zweite Frage jetzt, ob es ausschließlich aus Außerirdischen besteht, diese Gruppierung. Aber mich interessiert natürlich auch, ob sie eine menschliche Gestalt angenommen haben. Teilweise. Nicht alle, aber ja. Teilweise. Ja, die haben vielleicht solche Technologien. Wie in dem einen Film, den wir letztens gesehen haben. Die hat doch ihren Kopf in so ein Apparat gesteckt und da hatte so ein neues Gesicht. Ja, stimmt. Ja. Oder Shape-Shifter könnten es ja auch sein. Da weißt du es nicht schon. So wie die Mystik von X-Men. Ja, ja, genau, genau. Ja, wer weiß das schon. Ja, apropos. Gibt es auf der Erde unterirdische Basen, Militärbasen, Alienbasen, bei denen sie Experimente machen für menschliche Umformung, könnte man das so sagen? Wohin geformt? Sowas wie mit Pferdekopf, mit Pferdeschwanz. Ach so, genetische Kreuzung. Ja. Ob es sowas gibt, um sie dort eben genetische Kreuzungen durchführen. Mit den Menschen und Tieren und Aliens zusammen. Oh ja, die gibt es auch. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, wenn, keine Ahnung, ich da mit dem Militär in Verbindung stünde, die solche, oder Firmen, die solche Experimente machen und ich wäre selber so ein Genwissenschaftler, würde mich das da selber auch vermutlich interessieren. Ja, kann ich denn die Niki mit dem Jonathan kreuzen? Was kommt dabei raus? Das wäre doch mal spannend zu sehen. Oder mit einem Huhn? Ja. Nein. Ja, also ihr merkt, da sind eine ganze Menge Fragen zusammengekommen. Spannende Fragen auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob wir noch einen dritten Teil machen sollen. Was meinst du? Unbedingt. Ja? Wir sind jetzt schon im Kopf hundert Fragen. Ja. Secret Space Programm. Ja. So ein Thema. Denkt euch was aus. Schickt uns eure Fragen. Wir sind gespannt. Ja. Oder Fragen zu Naturwesen. Würden wir auch interessieren. Ja, mich auch. Was müssen wir auch machen. Das sind schon mal zwei Themen. Ja. Naturwesen. Ja, mal sehen, was wir noch so für Fragen herausbekommen. Jedenfalls sind wir sehr gespannt, was noch alles kommen wird. Auch, ob es irgendwann möglich sein wird, einen direkteren, umfangreicheren Kontakt zur Flux herzustellen. Aber da müssen wir halt noch gucken, dass sich das eben so entwickelt. Jedenfalls machen wir noch einen dritten Teil, oder? Ja, ich glaube auch. Wir haben schon so viele Fragen. Und ja, das mit dem Naturwesen wäre total schön, das durchzufragen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim dritten Teil, oder? Ja. Das wird schon spannend. Ja, also, danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns über alle eure Fragen unten in den Kommentaren. Sicherlich fällt dem einen oder anderen noch eine Frage ein, die wir völlig vergessen haben. Ja. Ja. Und in dieser Hinsicht. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020